Brrrrrrrrrrrr Hey, ich schwimme mal den Treppen voll Blues Buh 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 bing Boah, da hab ich ein bisschen Herzrasen jetzt gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen Aber so ein klein wenig Alter Finne So La 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 ladebildschirm. La 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 ladebildschirm. Das Merkel ist on fire. Ja, das Merkel ist jetzt gleich on fire. Guck mal, willkommen bei Half-Life 3. Sogar der Sound. Na komm, mach nochmal. Ist der selbe Sound wie bei Half-Life. Wenn in zwei Jahren, was, Halloween am Montag ist, streamst du dann Montag? Ich denke schon. Alter, ich hab voll die Paras. Ich dachte, hier steht jetzt jemand hinter der Tür. Aber dabei wandert nur diese Fett. Alter, ich hab voll die Paras. Ohne Scheiß. Jetzt hast du dir eine Flasche Braune verdient, Flexi. Ja, ich glaube heute aber nicht. Ich glaube heute nicht. Ich hab heute genug Tee schon getrunken. Wie gesagt, mir geht das nicht so besonders. Deswegen lass ich heute mal das Braune weg. Und, ähm, aber danke. Hui. Machst du wieder Blutkreis? Ich glaube nicht heute. Dann wird auch keinem schwindelig. Außer wenn ihr das möchtet, dass ich einen Blutkreis mache gleich. La 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 la. Na, da bist du ja. Na, mein kleiner Dicker. Wie geht's denn dir so, mein kleiner Dicker? Na? No more escape. Hui. 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 Nee, kein Blutkreis. Okay. Dann machen wir den heute nicht. So, und genau. Jetzt haben wir 9 Uhr. Alter Schwede. Wahnsinn. Over here, please. Ja, 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 ja. I supposed to be dead. Hallo. Steht da hinten drauf? Roms. Guck mal, da steht Rom. Nee, Ross. Ross steht da drauf. R-O-H-S. Power. VGA. AV. Aha, AV. Nicht zu Hause nachmachen. Genau, nicht in den Lüftungsschacht springen. So sehe ich dann aus, wenn ich mit Soma fertig bin. Im Sweet Run. Was haben wir hier? Klaas Field. Da holt man sich einfach was zu trinken. Und da ist er schon fast am Ende. Ja. Mein Gott, wie lange holst du dir denn was zu trinken? Steht was. Oh, guck mal. Auf seiner Tasse steht Coffee, damit man auch weiß, was da drin ist. Das ist gut zu wissen. Ja, 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 ja. Da mach auch Dings. Hier hat aber einer einen mordsmäßigen... Hier hat irgendwie jemand einen mordsmäßigen Durchfall gehabt. Kann das sein? Ja, jetzt kommt Quassel und ich mach die Tür auf. So. La 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 la. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Wie viele Batterien haben wir noch? Ach, das reicht. Dann mal eben nachladen. Und schon geht's los. Na, du Kleiner? So. La 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 la. Wo ist deine Maske? Habe ich vorhin weggetan. Ich glaube, damit kann ich nicht so gut spielen. Hallo King erst mal. King Superintendent 99. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Meine Maske siehst du hier. Das ist so eine Maske, die ich draufgetan habe. Die kann ich nachher so abziehen. Das ist wie so eine zweite Haut, weißt du? Und dann blutet das alles runter. So. Mordsmäßig. Hier kommen wir übrigens gleich wieder hin. Freue ich mich schon drauf. Yay, yay, yay. So. Hallo. Oh, schön. Whistleblower. Ja, gleich Tio. Tio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X1. Gleich Tio. Erstmal willkommen zur Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt erstmal das große Finale von Outlast 1. Da geht es gleich weiter mit Whistleblower. Und danach spielen wir ein weiteres Horror-Spiel. Heute Nonstop-Horror-Action. Hättest du Lust, dann Black Ops 3 Online spielen? Ähm. Kann ich das später beantworten, oder muss ich das jetzt beantworten? So. Nee, nix Whistleblower. Natürlich, I blow my whistle, baby, whistle, baby. Was? Make-up? Nennt sich das mein Freund? Make-up! Ja, Make-up. Meine ich ja. Nein, das ist kein Make-up. Das ist so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Komplettmaske. So eine komplette Gesichtsmaske, die ich aufhabe. Weißt du? Und, äh, die kannst du so abziehen hier. Weißt du? Da ist hier unten so ein Dings dran, so eine, so eine Lasche dran. Da ziehst du einmal so. Da siehst du nur das Skelett. So. Ja, willkommen zur Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, den Samstag ab 20 Uhr. Heute das Halloween Horror Special. Survival! Ah, cool. Hast du Slender auf der Playstation 4? Natürlich. Natürlich. Also Horror-Games kann ich die, glaube ich, totschmeißen mit. Heute gibt's jede Stunde ein neues Horrorspiel. Wir haben jetzt natürlich schon etwas nach neun, aber wir wollen die Outlast auch durchspielen. Und es ist ja nicht mehr so lang. Genau, wie beim Körper eines Feindes. Genau. Genau so ist das. So, jetzt bitte kein Buck. 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 Oh, Gott sei Dank. Puh. Mach offen. Oh, Gott sei Dank. Kein Buck. Alter Schwede. Wie der Drecksack mich letztes Mal gekriegt hat, da in der Dings, ne in der Schleusen. Schleuse. Der Penner. Das gibt's gar nicht. Voll der Buck beoutlässt, kommt einfach der Wallrider in die Schleuse rein und killt mich da drin. So ein dreckiger Kack-Buck, das gibt's überhaupt nicht. So. Seit anderthalb Jahren spielen wir schon hier in der Let's Play Live schon unglaublich. Folge 181 heute. Unfassbar. Jeden Freitag, jeden Samstag. So. Halalalala. Hallo. Der wird doch nie im Leben mehr laufen können ey, wenn er so weit runter gefallen ist. T-T-T-T-T-lein. Das ist einfach gut. Lalalalalalalala. N-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. 3 Outlet ist aber gut gereift ja Was für ein modus spielst du überhaupt ich spiele auch wahnsinnig Ich spiele immer wahnsinnig oder habe ich jemals was anderes gespielt aber am ersten mal glaube ich habe ja auch normal gespielt Aber dann nur noch wahnsinnig Aber dann nur noch wahnsinnig Ich glaube am allerersten mal habe ich auch normal und ob schwer mein gab es schwer ich weiß ich gar nicht Kann mir gar nicht mehr dran in den sinn ich habe sowieso irgendwann aufgehört zu zählen wie oft ich auch schon durch habe Du ist brutal mann wer ich warum wieso verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Versuche zu entkommen Scheiße ich muss entkommen ich muss der welt mitteilen was hier Vor sich geht was wie oft schon kann ich dir gar nicht sagen Wahnsinn kann ich dir gar nicht muss wie gesagt die zuschauer fragen und hier die stamm zuschauer Ist es 21 u 7 ja ich weiß und beim nächsten piep ist es 21 u 8 Ähm da frage es am besten mal die stamm zuschauer die Regelmäßig zusehen also Ich habe irgendwann glaube ich beim fünfzigsten oder hundertsten mal aufgehört zu zählen Also Kann ich dir gar nicht sagen weiß ich nicht ich muss hier verdammt nochmal raus ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe das ich werde der welt mitteilen Was hier vor sich geht I Ich muss zu weibeln so Nein Nein, nein. Jetzt haben wir den Doktor geholfen und er schießt uns. Toll. Gott im Himmel. Du warst nur der Wirt. Oder Horst. Ja, schön. Tschüss. So. Non-stop, habe ich ja gesagt. Es geht direkt weiter. Ohne irgendwelche großes Geplänkel, weil da wenn jetzt die Credits kommen, die kennen wir ja schon, die haben wir schon zu oft gesehen. So, Whistleblower. Wahnsinnig. Ja, bin ich. Ich bin wahnsinnig. Ich bin total durchgeknallt, total durch. Und, ähm, ja, geht schon direkt weiter. So, Whistleblower, Brüste. So, es ist 21 Uhr 8. Keine Beweise hinterlassen. Aber, was? Lief anscheinend nicht so gut. Lief nicht so gut, was? Wie, keine Beweise hinterlassen? Achso. Ich mag das Outlastende nicht so. Es hätte ein besseres geben sollen. Ja, deswegen spielen wir ja auch eigentlich, äh, bei Whistleblower die Vorgeschichte mittendrin und danach. Weil die Geschichte danach hat ja ein schöneres Ende. Ne? Freue mich, wenn The Forest für Playstation 4 kommt. Oh, ja. Ich auch, Smirks. Ich auch. Ich, ich mag das Spiel. Ich gucke sehr, sehr gerne. Gucke ich mir Let's Plays an. Äh, äh, von Forest. Also, ist hirbschen cool. Open your eyes. Oh! Bist du bescheuert oder was? Alter, ich knall dir gleich eine. Leck dir uns erstmal ab. Eklig. Was, wenn Forest erstmal für PC richtig rauskommt? Jaja, klar. Die sollen auch so ein Early Access Programm für die Playstation machen. Das wäre echt geil. Da könnte man auch so ein paar Entwickler unterstützen und so. Zwei Stunden vorher. Es kommt The Forest für Playstation 4. Was? Ich breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinger gehen nach Vorsicht. Verstehe nicht mal die Hälfte von den Dingen. Doktorenfasern etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und etwas in den Berg auf sie gewartet hätte. Merkow scheffelt Geld und Menschen kommen zu Schaden. Das muss aufgedeckt werden. Ich kann den Text eigentlich schon auswählen, nicht. Das ist das Schlimme dabei. Ja, senden. Nee, Forrest ist aber schon seit Längerem. Ich glaube, seit E3 vorletztes Jahr, oder? Da haben sie, glaube ich, gesagt, dass es rauskommt, meine ich. Wann kommen die Twitch-App? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Amerika, glaube ich, also in Amistar ist sie, glaube ich, schon raus. Hier in Deutschland lässt sie sich noch ein bisschen auf sich warten. Hallo? Alter, halt mich nicht auf. Ich habe keine Zeit. Ich meine, hier irgendwie soll die auch bald jetzt erscheinen. Eigentlich sollte die Zeit gleich erscheinen. Happy Halloween, Popokop. Ich freue mich auch an dich. Schön, dass du da bist. Willkommen zur Let's Play Live Show Halloween Horror Special. Jetzt wollte ich gerade die Kerzen nehmen zum Trinken. Ist natürlich auch sehr intelligent. Was? Warum hast du noch keinen... Was? Was? Bot? Die LPLS auf PS4? Hä? Hallo, Bulli. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ah, zieh die Maske aus. Ja, verdammt. Wollte ich gerade machen. Hat mich schon gerade jemand gefragt. Tio, vielen Dank für den Follower. Vielen lieben Dank. Ich verstehe die Frage gerade nicht. Halloween und Horror mit Flexi und... Was? Und das Geilste. Ja. Chiller, ich verstehe gerade nicht, was... Ne, warte mal. Wer hat das denn gerade geschrieben gehabt? Sweet Standard war das? Ich verstehe die Frage nicht. Was meint ihr mit der Twitch-App? Äh, gibt doch schon eine App. Nein, für die Playstation soll eine App kommen. Für die Playstation 4 soll eine Twitch-App kommen. Genau, mit der Twitch-App kannst du nicht nur Playstation 4 gucken, sondern auch PC-Streams und sowas alles. Ne? Aber ich verstehe die Frage von Sweet Standard. Habe ich gerade irgendwie nicht verstanden. Warum hast du noch keinen Bot, die LPLS auf PS4? Manche Sachen muss ich nicht verstehen. Erkläre ich dir später. Okay. Verstehe ich nicht. Du kannst es aber auch jetzt hier erklären. Ich glaube, bei so uns keine Geheimnisse. So. Jetzt haben wir ihm da geholfen. Du musst die Exit-Rom-Tür. Halt die Fresse. So. La-la-la-la-la. Auf geht's, ab geht's. Ja. Willkommen bei Whistleblower. Baut last. Park. Hallo. So eine Scheibe. Mein Controller lädt nicht mehr richtig. Ach du Scheiße, Bulli. Da ist ja kacke. Da ist aber echt scheiße. Aber ist ja noch Garantie drauf, ne? Ist ja eigentlich... Stupid. Mr. Park. Frisur? Hipster aus GTA. Stupid. Mr. Park. Wie viel Clont-Controller habt ihr? Hier. Also ich hab einen. Ich muss mal den nächsten mal welchen... Ich muss mir mal den nächsten paar hulen noch. So ein oder zwei noch. Als Ersatz. Nein. Nein, hab ich nicht. Ich hab mich nicht freiwillig gemeldet. Nein. 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 Keine Garantie mehr. Ach du Scheiße. Er ist blöd. Oh. Whistleblower. Flötenspieler. Pfeifen August. Ähm. Was? Eins ab dem 24. Zwölfen. Dann zwei. Ach so. Controller. Zwei Controller. Ich hab fünf. Voll übertrieben. Pff. Ach wen nehm ich denn heute? Heute nehm ich mal blau. Pff. So. Na 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 na. Äh. 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 Ich frag mich, wer uns da geholfen hat eigentlich. Ein, der nicht mehr lebt und ein, der mit gebrochener R2-Taste. Verdammt. Ja, willkommen zu Let's Play Live von allen neuen Zuschauern. Alter, wahnseite wahnsinnig. 24 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Wow. Nehm die Kamera. Holen wir neuen Controller. Fehler meiner R2-Taste ist gebrochen. Ach, guck an. Der nächste Kandidat mit der R2-Taste. Ich hab schon mittlerweile, glaub ich, den... La 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 la. Äh. Ich glaube der... Ist das der vierte? Ich glaub der vierte ungetauschte Controller halte ich, glaub ich, in meinen Händen. Oder dritte. Eins von beiden. Ja, man. Der wird dann zocken ja auch. Habe... Weiß, schwarz, rot, blau. Und den grauen von... Achso, 20 Jahre Playstation. Achso. Cool. Lapis. La la la. Ja, da brauchen wir auch so viele Controller. Das stimmt dann allerdings. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. I do it on my own. I win a sacrifice. I don't need anymore of. And I can do it on my own. Ich nehm den neuen Methanfarbe. Yeah. TAKE THE BLADE. Rieche in unseren Friends hier. little red on your hands. Da kommt auf einmal so eine Jacke ins Bild wieder, ne? Jetzt wird man auf einmal wieder so ein bisschen kühler. Ich weiß nicht warum. So. Aber Kontrolle hat schon lange gehalten. Na get the fuck... Get the fuck out of here before I change my mind. Okay, ciao. Tschüss. La 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 la. Jo, ich weiß. Du bist da. Ein Jahr hat er jetzt gehalten. Sandro Hemi. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zum Halloween Horror Special hier in der LPLS. Ich frage mich, wo wir noch mal Batterien herkriegen. Ach ja, ich weiß wo. Was? Bald kommen die Farben Gold, Silber, Durchsichtig Grau. Okay. Naja. Und immer noch ganz. Wie schön der gucken konnte, ne? Ist ja unfassbar. Ja, ja, help me. Ich helfe dir hier. Ich drücke drauf. Ciao. Doctor! Doctor! Durchsichtig finde ich nicht so pralle. Die Controller, die durchsichtig sind. Weiß nicht, halte ich nicht viel von. Wo will er hin? Bin vorbeigekommen, weil ich Outlast auch gekauft habe und ich es selber nicht zocken kann. Achso. Dann kannst du es hier angucken. Ich kann das nicht verkraften. Oh. Aber das kenne ich. Wie ich das erste Mal gespielt habe, war das bei mir genauso. So, die Batterie nehme ich noch mit. Die können wir nämlich nur gut gebrauchen. Das ist ja hier das DLC, was wir gerade spielen. Das Hauptspiel haben wir ja schon durch, in der Stunde. Das haben wir schon in der Stunde ja durchgespielt. Von 8 bis 9, circa. Und, ähm, jetzt spielen wir das DLC Whistleblower. Uh, hallo. Ist ja momentan, glaube ich, auch Outlast wieder im Angebot gewesen, wegen Halloween, ne? Mein ich. Boah, ich freue mich schon auf den neuen Soundtrack vom neuen, vom Outlast 2. Er wird bestimmt auch wieder so geil. Schmeißt er mich einfach mal mit seiner Scheiße. Oder mit seinem Blut. Du, 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 du. Hu! Yay! I'm coming, Cooper! Ja, ja. Wow. Mach die scheiße fucking Tür zu. Ich hab für 5 Franken gekauft. In der Schweiz. Oh, cool. Ja, wie gesagt, bei uns... Spring noch da hoch. Ähm. Ja, bei uns ist wie gesagt momentan auch im Angebot. Ich weiß nicht, ich glaube auch für 5 Euro oder irgendwie sowas. Nehmen wir mit. So. Dam, dam, dam. Alter 31 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig viel lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo. Jeden Freitag, Samstag, ab 20 Uhr. Folge 181. Boah, jetzt sind die Zuschauer schon wieder weg. Weil ich einmal was gesagt habe, wahrscheinlich. Ich bin so scheiße. Weil ich einfach so scheiße bin. The meat is mine. Okay. Irgendwann bis der Akku alle ist. Komm. Mal gucken, ob dein Akku so lange hält. Können wir den ganzen Tag so spielen. Und guck. Du hast eine ähnliche Stimme wie Gronkh. Oh, vielen lieben Dank. Das habe ich schon so oft gehört. Vielen lieben Dank. So. Nein, 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 du gehst mir. Aber nicht heute, Kumpel. Nicht heute. Okay. Das sind scheiß Bots. So. Manchmal. Was? Was denn scheiß? Was? Was? Ist das der Doc gewesen? Nein, das war nicht der Doc. Das ist ein neuer Charakter aus dem DLC. Das war ein Menschenfleischliebhaber. Oh ja. Ich glaube auch. Leider. Was ähnelt deine Abonnentenzahl nicht? Die von Gronkh. Bin ich ganz ehrlich. Will ich auch, glaube ich, gar nicht haben. Weil, ähm. Ich glaube, dann kann ich gar nicht jedem gerecht werden. Weil wenn man manchmal so den Stream guckt und so von Gronkh. Muss man selber erstmal. Sieht man das manchmal. Dass der Chat, der fliegt so durch. Und man kommt gar nicht hinterher, alles zu lesen. Also, ich entschuldige mich ja selber auch ab und zu hier. Wenn ich da mal was überlese. Und dann jemand schon direkt eingeschnappt ist. Ja, der überliest mich. Der ignoriert mich. Das macht man nicht extra. Weil das einfach viel zu schwierig ist, dann alles nachzuvollziehen. Also, mit einer kleinen hier Gruppe und so Community geht das ja noch. Aber wenn das so riesig wird, ist das total unübersichtlich, finde ich. Na? Auch das wurde zum besten Horror-Spiel gewählt. Fun Run. Ja, genau. Ich kenne das DLC nicht. Oh, dann soll es... Nein, ich will nicht... Oh. Wieso geht der denn in den Spind? Jetzt habe ich mich zu sehr auf das Chat konzentriert. Ich kenne das DLC nicht. Dann sollte es auf jeden Fall das DLC... Hallo? Wo laufe ich denn hin? Hä? Warte mal. Hier war das... Hä? Jetzt habe ich mich total... Ach, hier lang. Soll es auf jeden Fall spielen. Weil die Story ist anknüpfend. Und sehr, sehr interessant. Auch vor allen Dingen... Feed me. Come here. So, ciao. Ähm... Mit den Zuschauern, wenn die auf einmal hochgehen... Was, 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 was? Achso, dass das Bots sind. Boah, kann doch sein. Aber, dass das Bots sind, ich glaube nicht. Die Zuschauerzahlen. Weil, äh... Ein paar vielleicht schon, aber nicht alle. Weil man sieht ja selber, wenn man selber mal so Zuschauer ist... Dann klickt man mal den Stream an... Dann klickt man mal den Stream an und so. Und das ist immer total unterschiedlich. Nein, das ist bei anderen genauso. Wie viel kostet das DLC? Kann ich dir gar nicht sagen? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Ja, aber musst du jetzt mal gucken. Müsste, glaube ich, im Angebot sein momentan. I can smell you. Kommt der jetzt? Ja, da kommt er. Oder? Der steht da. Hallo. Hey, du kleiner Jigsaw. Was macht denn der da? Ich glaube, der hat sich festgebackt, der Drecksack. Wow. Alter. Jumpt der da erstmal raus. Hast du gesehen? Hammer. Ciao. So. Also, wer das DLC noch nicht gespielt hat... ...aber das Hauptspiel, der sollte das DLC unbedingt nachholen. Ja. So, ich muss mir gerade überlegen, was kommt denn alles noch? Es kommt noch da... Man kommt noch nach draußen. Dann kommt noch die Verfolgung. Ja. Ich mag den Peter von Frosthof. Fällt mir. Fällt mir. Fällt mir. Wow. Scheiße, der ist ja schon hinter uns. Fuck. Ciao. Du, 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 du. Was Identität erkannt. Hot. 5756. Wurde ertappt. Alarm, Alarm, Alarm. So, da liegt noch eine Batterie. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Muss immer so ein bisschen in die... Ah, cool. Ladebildschirm. Das ist super. Super.